Musik Es ist Kreisliga, es ist Derby, es ist TSV, großen Kneten gegen den FC Hundlosen. Tja und in diesem Derby, 1. gegen 12. hat aufgeboten unser Trainer Kai Panko mit seinen... Nach der Freitagreisee! Ja! Stoff, Stoff, Stoff! Musik 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 Die 71. Spielminute, das 2 zu 0 für den TSV großen Kneten. Vorschütze, unsere Nummer 9, Matthias Asche. Vorschütze, unsere Nummer 6, Jovis Friedrich. Vorschütze, unsere Nummer 6, Jovis Friedrich, unsere Nummer 6, Jovis Friedrich, unsere Nummer 6, Jovis Friedrich.